Nun kennt sie auch der Club der Platschnacker in Wildeshausen. Anni Heger, gebürtige Ostfriesin und Multitalent für Bühne, Gesang, Schauspielerei, Tanz und Moderation, begeisterte in der Musikschule des Landkreises gut 170 Gäste. In ihrem Programm Wattenskandal ging es tief in die plattdeutsche Tiefebene, ins Ostfriesische, an den Kanal und nach Spätzerfehn zu Land und Leuten. Auch Dönkes aus der Familie erzählte die Leisa Minelli aus Spätzerfehn. Denn ihre Familie ist hellblond, Anni aber von Geburt an schwarzhaarig. Wattenskandal. Organisiert hatte den unterhaltsamen Abend der Wildeshauser Plattdeutsch-Beobtragte Friedrich Ahlers, sowie der Heimatverein Düngstrupp. Bei Liedern wie »Dat Domain Leifste bist« oder »Der Mond ist aufgegangen« konnte das Publikum mitsingen. Prädikat wiederholenswert war die einhellige Meinung. »Dat Domain Leifste stelle« oder »Der Mond ist auf der報kant, »Kenn »Kenn Kennschuman, R.J.« »Kenn Kennsche, an die Leifste ist »Kenn Kennschau, »Kenn Kennschau, »Kenn Kennschau. »Kenn Kennskau, »Kenn Kennschau. Vielen Dank.